Hallo Leute, ich bin's, der Kautja und willkommen zu einer neuen Folge von Avalon Code. Und, ja, ich hör dich, Rempo. Und ich hab eigentlich rausgefunden, wie man diese Attacke, mal diese himmlische Abrechnung... Ich zeig euch das mal. Ey. Also seht ihr? Also ganz halt in der Luft halten. Der Krieg mal irgendwas, hat er ja gesagt. Was hab ich denn jetzt bekommen? Ich hab irgendwas bekommen. Aber ich weiß nicht was. Und, nochmal himmlische Abrechnung. Das ist eine geile Attacke, hab ich gestern rausprobiert. Komm her, und... Stirb hier. Stirb. Du dummer Frosch. Du ekliger Frosch. Hm. Hm. Da ist noch ein Frosch. Und wir können noch Gegner dazu machen. Aber die müssen genau da reinkommen. Du ekliger Frosch. Was greifst du mich an? Ach, Mann. Scheiße. Ich muss mit der Steuerung noch wieder klarkommen. Okay, komm her. Okay. Okay, jetzt ist da aber Spaß irgendwie reingekommen, da dumme Fettkopf. Und jetzt... geht's meiner Rache los. Bäm, bäm, bäm. Ich weiß gar nicht, was das hier bringt. Aber trotzdem, ich mach's trotzdem. Das macht Spaß. Äh... Okay, einer ist gestorben. Irgendwas lag da auf dem Boden. Äh... Wir gehen mal zurück. Vielleicht finden die ja noch was. Ja, einen Frosch, aber den lassen wir in Ruhe. Gut, so seine... Ah, okay, Buu ist aufgestuft worden. Super, okay. Was bringt das jetzt mir? Was bringt das jetzt mir, dass mein Buu jetzt aufgestuft wurde? Ihr seht... Was? Ey, haben mich gerade Pflanzen getötet? Fick dich! Okay. Pflanzen haben mich gerade getötet. Was ist los? Mann, scheiß Pflanzen. Wartet mal, ich geh wieder zurück. Dauten sind noch Gegner. Die werd ich noch schnell besiegen. Aber ich glaube nach... Ich lade heute vier Parts hoch, dass genau 25 Parts kommen. Schneller. Und danach werd ich, äh... Offscreen sehr viel trainieren. Ich bin ein Trainierfreak, also werde ich sehr viel trainieren. Ich will, dass mein Spieler sehr stark wird. Und... Bäm, Bäm, und Bäm. Okay, kannst du einmal jetzt laden? Okay, supi. Aber was bringt das mir? Warte, reicht diesen unbesiegbaren Spasti da machen? Wie erschreit das Spasti. Oh nein, oh nein. Oh scheiße, wenn das Spasti da ist, dann geht das nicht. Mann. Ekliger Spasti, verschwinde. Karte und weglaufen. Oh, das war knapp. Und nochmal aufgestuft? Jetzt geht das voll schnell mit Aufstufen, okay. Was bringt es mir eigentlich? Was bringt mir eigentlich diese Aufstufung? Wenn er das weiß, bitte zu den Comments schreiben. Äh, okay. Hier ist wohl nichts. Ich mach mal eine himmlische Abrechnung. Vielleicht krieg ich dann irgendwie wieder Leben. Okay. Ey, wieso funktioniert das nicht? Okay. 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 Okay, was hat sie sich mir gebracht? Hm. Das ist jetzt die wichtige Frage. Warte, kann ich irgendwie meine Waffen verstärken? Das muss ich jetzt mal gucken. Waffen, Schwert. Hm. Nein. Nein. Ich nehme mal das hier mal. Mann. Okay. Machen wir das mal später. Kopf. Hm. Was wird da raus? Okay, der ist jetzt dreckiger geworden. Okay. Und jetzt. Okay. Lassen wir mal das so. Und Karte, bitte. Dankeschön. Und es geht weiter. Hm. Blitzmeldung. Und was bringt es mir? Soll ich jetzt da wieder zurück gehen oder wie? Ich gehe mal wieder zurück. Und du, Fettzack, lass mich in Ruhe. Hm. Ich gehe mal mal zur Grana Ebene, zur westlichen Ebene. Gucken wir mal, was wir da meinen. Und wo sind die scheiß Monster? Wo sind denn die schönen Monster in der westlichen Ebene? Diese großen Schwärme. Oh nein. Ich höre die schon. Du Spasti. Kommt her. Oh Mann. Ich hasse diese Puls, Moguls. Wie die doch alle heißen. Mann. Und wo sind die Monster? Wo sind die Monster? Wir sehen hier keine. Was wollt ihr hier mit der Blitzmeldung? Achso. Ha. Hier kommt ein Monsterschwarm. Komm, Rocks. Die wollen wir fertig machen. Okay. Ich benutze dazu aber Rempo. Oder soll ich nicht? Hm. Ich setze mal ein. Ach, fick dich. Egal, da muss ich mal alleine kämpfen. Okay. Okay. Die haben keine Gliedmaßen, diese Spastis. Karte, schnell. Okay. Ich glaube, wir müssen die alle hier töten. Um irgendwas zu bekommen. Und so. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und bäm. Und bäm. Und bäm. Und bäm. Und bäm. Ich glaube, ey, werden die Schwärzer? Oha. Ich habe irgendwas bekommen. Und dann. Dann. Oh, der hat mich fast mit seiner Keule abgeschossen. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und. Scheiße. Ich muss nur den Dreh rausfinden, wie man das hier alles macht. Und Karte. Und tick doch nicht gleich aus, du ekliger Fettsack. Und. 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 Den werde ich noch ganz hoch bekommen. Okay. Und. Dann nicht. Du bist weg. Und. Du. Fortsetzen. Ja, okay. Ich habe es verstanden. Ein Monsterschwarm. Okay. Die machen wir jetzt fertig. Ich setze jetzt Rempo ein. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Ah ja, den kann man nicht einsetzen. Och. Mann. Egal. Egal. Ich mache aber diese Technik. Die hilft am meisten. Okay. Getötet. Und. Kommt her, ihr Spostis. Komm her, du Fettsack. Okay. Du bist weg. Und. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Und du bist auch weg. Und. Komm her. Du bist weg. Du auch. Wieso treffe ich die nicht? Oh, der hat mich fast getroffen, der Fettsack. Komm her. Okay. Das war perfekt, dass sie so gekommen sind. Okay. Okay. Geklärt. Ach du Scheiße. Jetzt diese Attacke bei ihm. Okay. Okay. Scheiße. Die Zeit geht noch gleich füten. Scheiße. Scheiße. Ich muss die Aufnahme hier bänden. Tschüss.